hallo leute und willkommen zu einem neuen video es ist nun etwas her als das letzte update von mir kam dafür sind aber auch tägliche streams auf twitch vorhanden gewesen und würde mich natürlich auch da weiterhin freuen wenn ihr vorbeischauen würdet im heutigen video geht es aber darum den recap seitens der roadmap der vorigen woche zu analysieren sowie 12 neue dinge in der phase 2 channel die gekommen sind auch weiß man heute dass das erste update auch nicht mehr allzulang auf sich warten lässt und da würde ich auch direkt erst mal anfangen nämlich update hashtag one da sehen wir dann direkt hier unten grouping system 3ozos AI 3ozos playable also spielbar performance und optimization improvements und 80 plus bug fixes das ist jetzt komplett erst mal anders als es vorher war und das wird auch oben im status update beziehungsweise im status bericht nämlich gesagt das letzte update war eigentlich mit den AIs Juta Raptor und Tenantosaurus geplant diese sind aber auf update 2 verschoben worden weil sie leider weiterhin immer noch primäre und kritische fehler seitens AI haben ein punkt dabei ist wohl immer noch das verlieren des ziels oder das spawnen auf bäumen aber aus dem frustrationsgrund nenne ich es mal haben sie uns trotzdem nicht hinlassen da die AI eine große rolle ja spielen wird auch in auch in die AI und deshalb wird uns im update 1 folgendes dennoch erwarten das grouping system was die ganze zeit ja geplant war und nämlich der 3ozos AI und spielbar also es wird trotzdem mit dem neuen dino der spielbar sein wird trotzdem auch die AI dafür geben damit wir nicht ohne AI im ersten update weiter stehen werden über die performance und optimization improvements beziehungsweise 80 plus bug fixes brauchen wir nicht reden sieht und hört sich ziemlich gut an hoffentlich hilft das auch seitens der Entwickler und seitens des Spiels zu dem roadmap recap der vierten woche ist das gruppensystem auch dann nun in die polishing phase gekommen da ist die letzte implementierung group admin control absolviert genau wie die drei animationen dragged carried und rest für den hip silophoton ich glaube der ist im update hashtag 3 der ja auch spielbar sein wird und auf dieser relation wechseln wir auch dann direkt zum phase 2 channel wo uns das ein oder andere erwartet auch was den dino angeht nämlich der hypsi lophodon einmal das limping walk des dinos also die animation dafür wenn eine verletzung spiel auftritt spielen wir einmal ab kein sound dabei aber die verletzungs animation ganz normal ganz schlicht eigentlich nicht viel anders als damals und dann haben wir als letztes noch welches am 18 september kam der broker sound des dinos oviraptor da können wir mal gerne zuhören wird sich ziemlich ein bisschen süßartig wenn man das so sagen kann und das war es dann auch schon was das update angeht also momentan kann man sagen und auch wahrscheinlich sehr sehen wie die devs tief und hart in der arbeit drin stecken was im hintergrund angeht beziehungsweise über den 80 plus bug fixes sowie performance optimization improvements ich glaube da wurde schon einiges ziemlich gemacht was man auch im devblog sehen könnte was auch auf meinem kanal online ist da wird natürlich dabei keine einzelheiten bisher aufgeschrieben wenn dann wird das in den patch notes geschrieben was unter den anderen da gefixt worden ist und deswegen würde ich auch immer wieder sagen bleiben wir einfach auf die kommenden updates gespannt was sie uns mitteilen aber so wie ich das ja auch mitbekommen habe und am anfang erzählt habe kann uns möglicherweise das erste update noch diesen monat erwarten hoffen wir natürlich auch ich hoffe ich konnte euch weiterhin etwas auf den neuesten stand damit bringen und würde mich auch sehr sehr gerne freuen über positives feedback schaut auch sehr gerne auf unserem discord server vorbei oder schaut auch gerne auf meinen twitch kanal vorbei alles findet ihr dafür in der video beschreibung ich sage dankeschön und wir sehen uns beim nächsten video wir sehen uns beim nächsten video